Probieren wir es halt einfach so. Hallo und willkommen für die Leute auf die Tür zur ersten Folge Fall Guys. Wie ihr seht, Level 1. Also wirklich die erste Folge. Und auch das erste Mal, dass ich zocke. Wir suchen mal ein einzelnes Spiel und gucken, ob das passiert. Ich hoffe, dass die Musik so von der Lautstärke her in Ordnung ist. Aber mal gucken. Oder mal gucken, ob meine Cam hier unten okay ist oder ob ich die Ordnung hinziehen muss. 59 von 60 spielen dann versäult. Oh, Rennen der Kreise. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Gucken wir mal. Let's play the first round Fall Guys. Der Kreise. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ah, das ist die Ziellinie. Na gut, dann wollen wir mal. Ja, ich habe es. Okay, wir müssen warten, bis alle konnektiert sind. Oh, ich bin relativ weit vorne, okay. Oh, wow. Okay, bin ich. Ist das mitlaufen, Prüger oder gegen? Oh, drüber gehüpft. Na gut. Ah, das war kack. Okay, ich werde instant raus... Lol, Leute, wie heute werde ich denn zurückgeprügelt? Oh no, okay. Ja, ich habe es verstanden, ist okay. Und jetzt geht es wieder zurück. Ja, ist okay, ich habe es verstanden. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für eine Kacke? Darf ich jetzt? Nein. Ja. Oh, jetzt. Okay. Ich habe es verstanden. Aua, ja, au, 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 okay. Ja, ich habe es verstanden, ist okay. Ist eigentlich sowas wie Schnellren, gibt es nicht, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich da gleich in der ersten Runde mal rausfliege. Aber... Spaß ist Spaß, ne? Oh, 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 oh. No risk, no fun. I need to risk everything. Oh, okay. Oh, no. Oh. Echt jetzt? Nein, nein. Oh, okay, der letzte kommt jetzt gleich. Ja, ausgeschieden. Na gut. Okay, die erste Runde war schon mal sehr gut. Hat gut funktioniert, habe ich gehört. Ja. Mhm. Ja, ist okay. Ich gebe mir meine Mini-XP. Okay, wir bekommen tatsächlich 37 Dollar. Wir können, das ist gar nicht so wenig. Cool. Ja. 750 von 60 Spielern der Läden. Also, ich habe jetzt gar nicht einen guter Kurs. Okay, jetzt. Äh, muss ich wieder bekommen. Ähm. Hm. Mal schauen. So geht's wieder. Wenn man als erstes... Okay, der Kreise auch wieder als erstes sein muss. Ich muss die Stages ja auch lernen, ne? Also von daher... Learning by doing. Ihr seid live dabei. So schlecht in euch spielen. Aber ich liebe Takeshi's Castle einfach. Ich starte nicht in der ersten Reihe. Das ist kacke. Big Bully. Oh, das war gut. Nochmal springen, ja, okay. Ah, nein, nein. Nein. Okay, wieder rein. Wir springen darüber. Wir springen darüber. Und echt? Nein, echt nicht. Wir springen nochmal, okay. Okay, wir sind hoch. Kommen wir durch? Wir kommen durch. Sehr gut. Oh. Ja, gut, okay. Aber das hat uns noch ein bisschen zurückgeworfen. Ja, schade. Alles okay. Nein, ich bin an ihn gesprungen. Oh Gott, bitte. Nein. Oh Gott, nein. Oh. Oh my lord, please. Okay, wir gehen jetzt mal hier rum. Dann haben wir nicht das Licht gleich auf den vorne. So. Oh, 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 oh. Yay, bitte weiter. Uh, qualifiziert. Irgendwann, one small trip. Dankeschön. Juhu. Oh, weitergekommen. Immerhin. Immerhin in Runde 2. Okay, ist doch okay. Okay, die sind alle nur voll geil. Okay, dann geht das aber noch nicht. Next round. Takeshi's Castle gibt mir... Was gibt es mir? Komm, komm schon. Takeshi. Bitte, enttäusch mich nicht. Gib mir was cooles. Willst du hier was drücken? Nee, ich muss noch warten. Okay. Hallo. Hi. Ja, passiert noch... Ah, okay. Okay, jetzt passiert was. Hexenwerk. Okay. Warte auf, Spiele. Aber ich glaube, unten links ist die Kamera Hexenwerk. Man sieht nur ganz kurz was eingeblendet, aber man... Also, hinter mir steht nur der Name. Von daher ist es, denke ich, okay. Was passiert hier? Was müssen wir tun? Ich hätte das vielleicht lesen müssen. Oh, ich hätte das leben. Oh, ich hätte das leben. Gib mir, gib mir Kettles. Gib mir was, um zu kettlen. Ich will nur jemanden, um zu kettlen. Irgendwas ist kommend. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das Problem ist, ich will auch nicht, dass mein Team rausfliegt. Deswegen kann ich jetzt aber defensiv durch die Gegend laufen. Zwei. Eins. Qualifiziert. Durch nichts tun. Das ist aber ein Slowballer. Keine Ahnung, wie das Hexenwerk gedönst funktioniert, aber diese Teamspiele sind halt schwierig. Aber hey. Hat doch funktioniert. Ich habe später nicht geguckt, ob das funktioniert, aber ich glaube, das müsste ganz gut gehen. Ich muss jetzt mal drauf warten. Schleimkraxler. Das ist ein Rennen. Okay. Das ist wieder Single. Also jeder für sich. Schleimkraxler. Ich glaube, ich habe einen Schleimkraxler. Ja, okay. Das kriegen wir noch hin. Ich glaube, ich hoffe so. Let's see. Oh, wait. Oh, danke schön, Kamera. Aber nee, unten links ist nix. No. Oh Gott, ich bin aber noch durchgekommen. Äh, du hältst mich nicht fest, Dude. Ach, kommt schon, Alter. Warum werde ich denn die ganze Zeit von irgendeinem festgehalten und runtergezogen? Schon wieder. Könntet ihr damit mal aufhören, Leute? Alter, das ist dumm. Nein, das ist halt einfach dumm. Dass die Leute einen halt immer festhalten und runterziehen. Oh, no. Das ist... Oh, no. Ich bin ausgeschieden, weil ich rausgeflogen bin. Oh, nein. Ja, nein. Okay. Gut, ich denke, wir können... Aber hey, zwei Runden überlebt. Ist okay. Nur 45 Runden. 69, plus wir spielen. Next round. Wir suchen nach Spielern immer noch. Ja. Okay. Oh, Gott. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. 59 von 60. Also es gibt genug Spieler auf jeden Fall, die das spielen anscheinend. Gefällt mir. Finde ich gut. Und... Wir können aber tatsächlich auch so kommen, die Sachen drauf an Türen laufen. Oh. Okay. Randomly Takeshis Castle, whose... Which door is the right one? Ja, I knew how this works. Vermeide die falschen Türen und renne ins Ziel. Ja. Okay. I try my best to do this. Vor allem finde ich die Optik halt so einfach so unendlich witzig. Dieses Cartoon... Keine Ahnung. Was auch immer. Wo bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Ich bin relativ weit hinten, oder? Ich weiß halt nicht, wie... Oh, no. Ich bin ganz vorne. Ähm... Ich laufe mal kurz nach rechts links. So ein bisschen im Kreis. Komm, gib mir eine Tür, wo ich durch kann. Ah, perfekt. Könnt ihr bitte... Ach so, ich muss da durchspringen, okay? Hallo? What the heck, Alter? Oh, okay. Man muss auch gucken, wo... What the fuck? Warum? Das ist jetzt uncool. Warte mal. Gucken wir mal, ob wir zu den Lucky Fio gehören. Die hat einfach eine gute Tür erwischen. Wo halt wenig, bis gar kein... ...Shit ist. Boah, das wird knapp. Nein. Nein! Ich hätte früher springen müssen. Ah, ein Lucky. Okay. Schade. Ja, ja, ich bin gleich rausgeflogen. Ist okay. Hab's verstanden. Oh, Mann. Äh. Ärgerlich. Aber auf jeden Fall machbar. So kurz. Ich hoffe, das ist... So. So. Es haut, glaube ich, von mir aus ein bisschen besser. Next round. I will do this as long as I will win. Oh Gott, okay. Ich werde hier in 10 Stunden noch sitzen. Ich werde das immer noch nicht gewonnen haben. Aber naja. Was soll's? Aber ich glaube, ich muss die Musik noch einen kleinen Ticken leiser machen. Einmal gucken. Mal gucken. 45 von 60 Spielen. Das sieht doch schon gut aus. Hindernisrennen. So, okay. Jetzt überwinde die Hindernisse und renne zur 10-Linie. Ja, 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 ja. Okay. You can do this. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe, krieg ich es kotzen. Blau und gelbe Rollen. Das hat so Takeshis Castle Hardcore Feeling. Wo bin ich? Ich bin in der Mitte. Echt jetzt vögelt mich gerade meine Internetverbindung? Oh no, ich bin runter. Oh, okay. Aber ich lebe noch. Immerhin. Oh, ganz ehrlich, es müsste gereicht haben. Es ist dort gereicht. Komm, komm, komm. Lass mich durch. Ich bin durch. Äh, run, dude. No, 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 no. Nicht runter fliegen. Okay, bin durchgerichtet. Ähm. Das sieht böse aus. To be honest. Okay, bin vorbei. Nein, 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 nein. Nicht zurück. Ja, das ist okay. Pusche mich mal wieder nach oben. Nein! Oh! Das war so knapp. Nein! Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, dammit. Hm. Das war halt echt verdammt knapp. Oh ja, fast als letzter noch durchgekommen. Okay, wenn man halt die Stages kennt, ist es glaube ich einfacher. Deswegen bin ich halt gerade ein bisschen im Nachteil. Müsste man halt schauen, wie sich das auf Dauer weiterhin auswirkt. Oh Gott, ich habe die Musik noch leiser machen. Ah fuck, ich warte die Musik noch leiser machen. Aha! Next round. Daran denken. Schwindende Höhe. Okay, überwinde die Hindernisse und renne zur Zielinie. Mal gucken. Ja, I got it. Oh Gott, das sind so... Oh no, wait. Ich glaube, das... Oh no. Oh Gott, ich starte relativ weit hinten. Ist ja krass, wie man mit einer besseren Internetverbindung halt einfach hart penetriert wird, ne? Ja, das ist okay. Nein. Oh, da habe ich gefehlt. Nein, warum? Lass mich runter, danke. Oh, ich bin irgendwo ganz hinten wahrscheinlich gerade. Komm, komm, komm. Da haben wir ein paar Leute überholt. Nein, nur ein paar. Ah, das war scheiße. Ui, das war knapp. Nein, ich bin daneben gehöft. Oh. Okay, die ersten sind schon im Ziel. Ja, das wird nix. Ich weiß. Da. Komm, komm, komm. Oh lol, hätte ich springen müssen? Ja, okay. Okay. Ja, hab's verstanden. Ihr wollt mich nicht. Ja, ich hab's... Nee, ich. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Ähm. Pff. Ähm. Auf Wiedersehen. Ja.